Überraschende Entwicklung im Fall der tödlichen Vergewaltigung einer Inderin. Der Hauptangeklagte Ram Singh wurde tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Der 34-Jährige habe sich erhängt, so ein Sprecher des TH-Gefängnisses in Neu-Delhi. Das Umfeld des toten Hauptangeklagten geht dagegen von Mord aus. Hier ist etwas faul. Unter diesen Umständen kann Herr Singh unmöglich Selbstmord begangen haben. Ram Singh soll den Bus gefahren haben, in dem die 23-jährige Frau im Dezember von sechs Tätern vergewaltigt wurde. Sie starb später an ihren schweren Verletzungen. Der Fall löste weltweit Entsetzen aus. Ein zur Tatzeit minderjähriger Verdächtiger steht vor einem Jugendgericht. Nun müssen sich noch vier Männer wegen Mordes vor Gericht verantworten. Ihnen droht die Todesstrafe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017